Sola, seid ihr bereit? Wir starten die Tour. Die Pirat-Tour dauert drei Tage, zwei Nächte. Wir starten vom Donau-Standl jeden Tag eine andere Tour. Wir starten an der Donau vorne entlang der Eisen ins Mühlviertel und an der Karten seht ihr die Sehenswürdigkeiten entlang der Strecken. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wir starten an der Donau-Standl jeden Tag eine andere Tour. Wir starten an der Donau-Standl jeden Tag eine andere Tour. Wir starten an der Donau-Standl jeden Tag eine andere Tour. Das ist ein Einbieter, der da Firma, in der Donau-Standl jeden Tag eine andere Tour. Wir starten an der Donau-Standl jeden Tag eine andere Tour. Wir starten an der Donau-Standl jeden Tag eine andere Tour. Vom Bio-Bier einer Wilshutter Biermanufaktur über Roggenbier aus einer Müllviertler Stiftsbrauerei. Bei der Vielfalt ist für jeden was dabei, auch unser eigen kreiertes wird dabei verkostet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017